Aber ich denke mal, bevor wir abhauen, sind wir euch die Stadt-Land-Fluss-Story schuldig. Ich muss dazu sagen, Bruder, es gibt zwei Leute, die beteiligt sind in der Geschichte, die haben mir gesagt, Bruder, bitte erzähl die nicht, okay? Weil die ist unangenehm, Bruder, okay? Warte mal ganz kurz, komm mal ganz kurz her, hast du was im Auge? Nein, Bruder. Warte, warte, warte. Wimper, wünsch dir was, Cousin. Wallah, sag dein Cousin. Wallah, ich wünsch mir nur deine Gesundheit. Wallah, ich schenk dir meine Gesundheit, ich will dir. Habibi, ich will nicht. Okay, ich bin in meiner Zelle, ich liege, Bruder, es ist warm, ich habe nichts zu tun. Wäre auch komisch, wenn doch, Bruder, ich bin im Knast. Irgendwann mal höre ich meinen Namen. Gazi, Gazi, Gazi. Ich stehe so auf, mach Fenster auf. Er sagt, ja. Ja. Sagt der Gazi, was machst du? Er sagt, willst du mich verarschen? Was soll ich machen? Ich bin am abkacken worden. Was soll ich machen? Hast du einen Chart oder was? Ich bin in der Zelle abkacken. Sagt der Kurde, der Musli. Bruder, ich habe eine Idee. Er sagt, was denn? Er sagt, Wallah, ich habe Langeweile. Komm, wir spielen Stadt, Land, Fluss. Wusstest du zu dem Zeitpunkt, was das ist? Komm, wir spielen Stadt, Land, Fluss. Jetzt habe ich meine Arme so angelehnt am Fenster und ich gucke den so an, Bruder. Er sagt, behindert? Wer will? Ich sage, hast du einen Schaden, Bruder? Was willst du von mir? Ich habe vor zwei Tagen meine Anklage geschrieben. Mein Leben ist am Arsch, Bruder. Wann soll ich jetzt hier Stadt, Land, Fluss spielen, Alter? Bist du behindert oder was? Er sagt, Wallah, kannst du das spielen? Das spielen, ich habe Langeweile. Er sagt, wie willst du das spielen? Komm, wir rufen die Jungs. Und wir haben so unsere übliche Truppe, Bruder. Wir haben so den, wir haben den Oday. Der Oday ist frisch nach Deutschland gekommen worden. Er ist in Syrien, ja. Damals war er Flüchtling. Vier Jahre war er in Deutschland. Drei Jahre davon ist er im Knast, Bruder. Warum überrascht mich das nicht? Ich bin in der Mitte. Oday ist links. Rechts vor mir ist Christian. Okay? Ein stabiler deutscher Bruder. Ein richtig korrekter Typ. Links und rechts sehe ich nicht. Ich sehe die nicht. Weil wir sind so, ja. Das Gebäude ist so. Das heißt, ich sehe den Musti. Und ich sehe den Erdi. Also den Albaner, der auch mitgespielt. Und ich bin hier. Ich sehe den Oday sehe ich nicht. Und Christian sehe ich nicht. Wir sind hier so, ja. Ich rufe den Oday. Oday, komm. Ich rufe den Christian, komm. Ich rufe Erdi, 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 Erdi. Der kommt auch ans Fenster, ne? Ich sage, Jungs, komm. Ich bin Stadt, Land, Fluss. Der Christian denkt sich, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Und wir sind voll am Lachen, ne? Und der Oday sagt. Und der Oday sagt. Cousin? Was ist dieses Stadt, Land, Fluss? Jetzt komm. Versuch dir das zu erklären auf Arabisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir holen alle unsere Blätter, Bruder. Wir holen alle Stifte. Richtig behindert, Bruder. Wallah, hier sitzen gerade 30 Jahre Knast, Bruder. Der ganze Knast bekommt das mit, Bruder. Muss, ich sage, ah. Ich sage, stopp. Der ganze Knast bekommt das mit. Die denken sich, was sind das? Was sind das für behinderte, kranke Leute, Bruder? Haben die nichts zu tun, Alter? Wir ziehen durch, Bruder. Der sagt, ah. Ich sage, stopp. Wir sind am Schreiben, ne? Jeder ist am verarschen, Bruder. Gibt ja keiner, der kontrolliert, Bruder. Alle sind am verarschen, Bruder. Alle sind am verarschen, ne? Ich meine, geht mal die Tür auf. Barmte kommt rein. Sagt der Herr Simon, was machen die da, ne? Ey, sag nix. Wir spielen Stadt lang Fluss. Der guckt mich an. Alter. Ihr fühlt euch hier richtig wohl, wa? Macht die Zelle zu und geht. Wer ist dran? Der Syrer. Der Syrer muss stopp sagen. Der Syrer muss stopp sagen, ne? Christian sagt A. Nee, nee, nee. Der Christian sagt A. Der Audei muss stopp sagen, ja? Christian sagt A. Der Audei sagt stopp. Sagt Buchstabe. Sag dem, hm. Sag was? Sag dem, hm. Sag, hm. Was blabberst du da? Sag mal, was, hm. Was ist für ein Buchstabe? Hm. Ich sag, Cousin, was ist los mit dir? Ich brauch einen Buchstaben. Alle sagen, ey, wir brauch einen Buchstaben. Und er sagt, hm. Hm. Wir schreiben einfach. Ich schreibe ihn einfach. Der Christian sagt, ich hab Stadt München. Sagt der Audei. Warum München? Sagt der Christian. Ja, hm. Hm. Sagt der, hm. Hm. Du noten Sohn. Ich schreibe ihn einfach. Ah, 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 ah. Das war dreckig so. Ey. Du mit den Sohn. Und dann hörst du den Christian so rein. Kassi, Bruder, warum sagt der so ja? Warum sagt der so ja? Das Ding ist, Freunde, im Knast ist das nochmal ganz anders lustig. Das ist im Knast nochmal ganz anders behindert. Wisst ihr, was ich meine? Ey, ich kann mir das richtig vorstellen, Digga. Wir haben auch so einen Scheiß am Fenster gehabt und so, ey. Ey. Also, guck mal, ey. Oh, shit, Alter. Ey, Freunde, Freunde. Ey, das ist geil, Alter. Ich wollte dir nicht erzählen, Bruder. Morgen kriege ich voll die Anrufe, Bruder. Ist egal. Ey, Schabab, ich entschuldige mich, Alter. Aber 2600 Menschen sagen ja und zwei sagen nein. Ich weiß, Gud, danke. Bis zum nächsten Mal.